so leute herzlich willkommen es ist freitag ja er wundert euch bestimmt warum ich donnerstag nicht war und ich hatte donnerstag gar keine zeit deswegen konnte ich leider nicht für so spät nach hause gekommen deswegen gibt es heute dafür eine verlängerung bis 18 uhr statt 16 uhr bis gleich wird er zukommt der stefan ist nicht da heute kommt der talent er soll ja herkommen jetzt will er macht immer andere andere sachen und ja 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 so ja der droht der fährt noch vor ja weil die hat so starke bremsen aber ich finde es auch cool ja vielleicht kommt noch was anderes hier ein bisschen graffitti ein kroatischer ja ist ein bisschen hart gebremst bis später weg drinnen ja 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 der hat sogar noch gehornt oder was hat man jetzt hat man es nicht so laut gehört ich bin sofort hier rüber gelaufen weil ich sofort gedacht habe das hinzu kommt hat er gehört ich weiß ich habe es gehört ja ich weiß ich habe es gehört so jeder güterzug fährt ab gleich ja ne ja 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 ich kann mich schnell beschleunigen und mit der Berendschner weg von Was macht denn der Lüfter, der baut sich einfach so, so essen sind er ja nicht so. Unter der Unmeldung ist er nicht so. Ja, der Stefan hat die Vectron verpasst mit Marco. Und der Stefan hat die Vectron jetzt verpasst. Ich habe ihm ja gesagt, dass er kommen soll, aber... Ja, ich dachte, das war in den Siemens Taurus. Siemens Taurus gibt es auch, ja, gibt es auch. Die fährt hier glaube ich gar nicht. Ja, dann müssen wir woanders gehen. Ja, ich habe schon eine Idee. Ja, da könnte sie zum Beispiel fahren, ja, bis später. So, Talent fährt ab. Und stopp. Ich habe eine Ahnung nicht. Ich hoffe bald, es kommt ein Video von mir, wo ich den sein kann. Ja. Wenn ich keine kenne und so. Wie jetzt waren sie? Jetzt ist der Rob wieder. Der Rob. Der sieht aus wie Rob spielt ein bisschen. Ja, der hat noch mal gewonnen. Falls ihr den kennt. Woher weißt du, wie der Rob aussieht? Ich weiß das gar nicht so. Doch, ich weiß das schon nicht. Doch. Doch, ich weiß schon. Na ja, bis später. Sehr geehrte Fahrgäste, auf Bahnhöfen haben Roller, Speedboards, Fahrräder und andere Sportgeräte Pause. Sie dürfen nicht verwendet werden. Wenn ihr zukommt. Was ist bald wohl, heisst du? Ich weiß, wie das nicht verwendet werden. Aber jetzt kann ich euch ein bisschen durch. Weil ich das nicht nur auf dem Weg bewirken. Dann kann ich diesen Machapel machen, aber nur auf meinen Ort fest. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen, die Gäste. ein Güterzug ist jetzt gekommen es regnet ein bisschen es regnet aber echt ihr seht hier es regnet leute also bis später weg drinnen jetzt winkt wieder super ein makro wieder heute jetzt hat er hat er hat er nicht gewunken hat einfach gehofft er weil uns gesehen hat leute talent kommt jetzt und mein handy ist ein bisschen jetzt nass ich bin hat hier rausgelaufen jetzt kommt der talent ich bin jetzt hier unter dach halt weil sonst ist halt der der regen versaut hat das ganze video sonst ich hoffe das geht so auch das wetter ist echt schlecht heute so talent fährt ab ja ich bleibe noch vielleicht bis 18 uhr wenn das geht leute wenn das wetter hier passt aber es ist ja das regnet halt leute also vielleicht soll ich doch lieber gehen ich bin mir nicht sicher also und dann morgen vormittag und nachmittag dafür kommen ich weiß aber nicht was ich morgen vor habe deswegen ich war nie morgen kann doch ich könnte vielleicht kommen mal schauen also bis später so leute ja es ist der talent ist jetzt weg ihr seht wie es einfach regnet es regnet richtig stark leute ich glaube ich werde dann morgen vormittag kommen und dann nachmittag noch weil ich kann jetzt ich will jetzt irgendwie nicht mehr heute von 14 bis 16 uhr war halt leider nur heute ja weil aber ich kann ich will einfach nicht hierbleiben und jetzt filmen weil wenn es so regnet habe ich auch keine lust kommt hier ein auto na Leute also wir sehen uns dann morgen bis morgen tschüss ging kind